Hallo und herzlich willkommen wieder zu einem weiteren Let's Play von mir. Heute wieder mit dabei ist Sir Drumber alias der Supporter. Ja, viel Magie schon. Eigentlich nur besoffen. Singtow. 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 Singtow 1 in Heil so das kann auf dem zuerst Klangschoden dann Boot du bist einfach immer der Erste einfach immer ja es ist ja nicht schwer du schon wieder der Schuldner Berater ich zeige dir den Weg yeah los geht's ein Moonwalk zum Anfang am Stand ja ja Mard's Colette Lass dich nicht von Stolz blenden ha 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 oh bitte ich hab auf dir geblieben dir aufgedopfe lass mir ja den Farm niemals ich bin mal ja ich fühl es ist mit jedem Auto-Attack oder Lehmann Fähigkeiten na für die Gegner Töte egal mit wo es ist ich will das oh fuck wieder mit der QLF genau da und ihr habt ihr wollt mit dem Hintergrund auf fuck fuck nein uuuh boah ja ok hätte man das auch geklärt zuckst Prozent z meint Mainz putz oh fuck du bist grad voll in die Wand ja das Problem ist ich wollt flashen und hab irgendwie nicht in den Nebel geworfen Puh weil die Teile irgendwie wieder vertauscht hab, warum auch immer erste Runde Boah, da Rise Uh, guter Stunt Der Abrasierer Wir sagen, da Garen ist fast weg Schalt der Ulti ein Ich bin auch nicht Ich weiß ja voll Das würde ich sehr einfach morgen meine stellen Egal, wie du die Ulti von Omfron schon killen könntest, das war ja mega Das ist ja voll unfair Wurscht Blöp Hier kommt der Farmer Ja Fuck Ich bin auch vorgeflasht, um das zu machen Das war mal weh, ja Es weh, nicht weh Zwar unterschiedliche Boah-Menschen Oh fuck Ah Ja, komm Das ist schon wieder Komm, spring mir an Springen mir an Fäge Sau Alter, 0-4 0-1 Yay Puh Ich würde sagen, die Spiele haben aber schon sowas von verloren Ich zeige dir die Ich zeige dir die Die Schlimme ist Ja komm, ey Was ist das 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 Ja, ja Und 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 Yes Wunderbar Was ist das Erster Kill Na Schon wieder Ciao Ich komme nicht weg Ich komme einfach nicht weg Oh Alter Alter, der bringt ja nicht einmal die Ult hier aus. Ich würde sagen, Surrendern wir um 15 Minuten, wenn sie überhaupt so lange dauert. Das ist eh ein bisschen sinnlos. Oh fuck. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ja, nice. Jaaaa. Jaaaa. Bewohnt. Komm schon, komm schon. Nein. Verdammt. Jaaaa. Gut, guter Mann. Haben sie einfach blöd geschaut. Was bist du jetzt? Mein Ult hier hat keinen Kull da. Jaaaa. Wie war's? Du kannst nicht mehr aus und einschalten, weil die braucht das voll für Mana. Jaaa, weil jedes Mal, dass ich mich umgebaut habe, kann ich nicht wiederkommen. Ich bin wieder mit Ult hier rein. Jaaaa. Alter, das stürzt vor, hätte man Silja dabei. Das wäre ja mega. Mhhh. Wow. Der Farm mit dem Gielos ist so mega. Oh was ist jetzt? Ich komme jetzt ein bisschen in die Enge. 10 Sekunden und wieder Ulti Eie Eie 2 weniger Ups Alter bringt mir jetzt das Game ist nicht mehr wenn das nicht hält P***** 2 hat es schon eh ja doch Boah Bei dir hat es geschaut und plus 100 plus eine 40 naheinander und das war dann gleich Butz Ja da stirbt der stirbt Wunderbar Das bringt nichts wenn ich vorhin eine und dann überlebe und schaden mache und die anderen kann schaden machen können Ja das ist ein bisschen blöd Latarik wird nie schaden machen Na Ja ich habe eh 2 Q einig mocht mit der Uldi Boah Boah ich komme doch heute leider nicht alleine Alter Die Ari macht viel zu verschorden Ah komm Boah Fuck Ja geil Das hat sie jetzt grad voll ausgezahlt Eiei ei 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 Ich halte nicht gut aus wie uns woher stilles kill Alter! Du wolltest obhauen. Das ist nämlich das Commander mehr. Hier aber mein Ulti zu lang gelaufen ist. Ups. Kragas. Na das spring jetzt lieber nicht in. Keine Ulti. Ah! Ah! Oh, das ist ein Mannerick. Warte mal. Gut. Ah! Ja, ich hab heute gar keine Fähigkeit. Das ist mein Problem. Tätig, mach der Racer beschuldig. Oh! 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 Ich bin genervt. Ich brauche mehr zu Chrisy. Ach! Hey, aus dem Kling Gefängnis, da kommt man auch von nicht aus. Hm. Das ist mies. Oh, hey, wir haben schon 12 Kills. Bei Dino 28. Haha. Wow. Ah! 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 Weig! Eine Marke Stunt. Und bist weg hier. Schlimm ist, wir haben jetzt dort drei Tank eigentlich. Mehr oder weniger. Schlimm ist, meine Fähigkeiten brauchen so lange, bis ich sie wieder einsetzen kann. Oh. Was ist denn scheiße, Alter? Joa. Kurz bevor ich mir ausgeflasht. MAAH KOMME. Ernsthaft. Warum kauft sich der Tarek Ability Bauer, ich verstehe es. Naja, das ist ein Idiot. Ich habe überhaupt kein Wave-Clear, ich konnte Minions mit Autothekchen gehen. Minidor. Eurola Q. Das ist nicht so. Ich werde nicht wandern. Boah, Alter. Wir sind irgendwie so Ritka. Bleib so. Boah. Das ist neben Info. Überleit hat Tarek sich nicht fortbewegt. Was ist denn mit einer Mumu los? Und der Mumu nicht spielt irgendwie. Super. Da stehst du die ganze Zeit immer nur Info vom Tower und tut nichts. Na toll. Ich denke, wir sind eine und ich clear da nochmal drüber. Okay. Heierdive? Towerdive? 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 Was? Towerdive? Lïmatu? Uo! Video! Kaw лучше! Uu immer? Wuh! Oh, fuck! Nein, Denis circ Hier! Das ist unlückant. Nie fertig. Ah habe ich alles Conan AD mit dabei. Da ist ein sol, mach der Piece zu ber grasade. Wую experiments. Wcasesich habe ich noch ein gesfelt, Schau, ich kann den Wager Das bist du ja Ah, komm am Moment, was hast du in der Ehe? Ja, scheiße Alter, wir sind so down Nein, ich habe gleich ein Spirit Visage Mal sehen, was das ist Ich habe jetzt schon 1,53 Attack Speed Wow, ist das nicht super? Ich habe 0,77 Ja, das war sehr intelligent von Mr. Arm Mö, 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 Mö Putz Ja, aber sowas von daneben, ey Mir nicht folgt Oh fuck So wenig Lifesteal oder was, ja Nein Nice Noch an geht es unten bevor ich drauf gegangen bin Ich glaube ich jetzt nicht mehr auf Magic Resist Ja, ist glaube ich besser so Äh, na, probieren wir es ja Äh, na, probieren wir es ja Vielleicht ich habe erst 9,10 so schlimm ist noch nicht Das ist doch nicht Ich hab 13,12 Ich hab 13,12 Yay Ja, wo wohnt Naja, bis an dem Match muss ich ja wohl schon So ist nicht Tuck, 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 tuck Nein! Look as Swain! Schreiiiint! Schweiiin! Hallo ein Schwein! Na Mumu ist down! Hier bleibt ja noch zu wenig damage, dass ich da durchfahren könnte. Hallo ein Schwein! Na Mumu ist da mit der Und da ist das Drei 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 Ich muss das Drei 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 Nein! Verdammt! Oh, hey! Aus! Juuuuh! Oh, wir sind schon weg! Das war schon! Jetzt, jetzt, guck mal in die Tanks nicht, weißt du, wenn ich das immer so schnell killen kann Ja, vor allem der Mum hat nämlich schon 3.000 Leben Ja, Garen auch Ich hab zwei, fünf Joach Wobei du heilst dir noch so nett Mh Asta-Yi ist unterwegs Juuuuhu Äh, ihr sollt jetzt abhauen Juuuuh 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 Der ist mir zu lang nachgelaufen Juuuuh 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 Boah, 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 fuck, fuck, fuck. Wohit jetzt bis sie kümmern. Man muss dir gern da so nachlaufen. Ja, was denn? Oh, da kann ich auch nix machen, ne? Achtung, du im Busch. Jo, jo. Na! Wollen wir kurz die Ulti entschalten. Oh, fuck. Ja, ja, komm schon, komm schon. Alter Schwede. Zieh mir mal zurück. Jo. Da hab ich auch nur geschrieben, warum ich nicht holen hab. Weil du vorhin ja allein eine laufst und gegen drei und kaum mehr leben. Ja. Du ein Idiot. Gerade auf eine Ari zulaufen ist das Beste was du machen kannst. Das ist eine sehr schlaue Idee. Und dann noch ein Weigerkäfig, Uma. Alter, jetzt die Unweigerkäfig. Ja, nice. Wobobo. Fuck. Na. Wollt jetzt auf weh. Schlitz. Oh, da macht das Spaß mit der Ulti am Boden stehen. Das ist Gellge. Ja. Ich halte die Ulti ein scheiß drauf. Boots, Boots, Boots. Boots, Boots. Jaaa. ich stehe als riesenvogel ja genau das schaut doch mal mega aus wir haben das noch gewonnen ja hätte man nie gedacht dass wir das noch umgedraht haben 18,13 ich bin zwölfmal gestorben ach piste oh du hast mehr schaden gemacht an den champions echt? schau mal ja um 5000 mehr boah aber viel mehr ne vor allem als die anderen ja ein bisschen von Weiger aber da ist ja kein Maßstock ja du hast ja viel latsch als Multikill was hab ich denn? 3 was eigentlich ein 4er hätte werden sollen schade schade ich freu mich noch immer so über meinen Pentakill mit Kale ja aber geil